Kann ich den Sensi-Mann dazu überreden, dass er einfach so jemanden beseitigt? Dafür brauchen wir jetzt diesen Mod. Damit der Sensi-Mann erscheint, muss ich als erstes jemanden beseitigen. Nicht Naomi! Ich hoffe, sie hat ein langes, glückliches Leben. Die wollte wahrscheinlich einfach nur entspannt spazieren gehen. Sensi! Okay, jetzt wird es ernst. Oder auch nicht, weil der Mod kaputt ist? Ich drück da jetzt einfach mal drauf. Sie wird zurück ins Leben geholt. Denn besser könnte es nicht laufen. Aber ich kann nicht mit Sensi reden. Und da geht er einfach wieder. Okay, dann müssen wir noch jemanden beseitigen. Und hier sind einfach nur Senioren unterwegs. Okay, jetzt wieder zurück. Und diesmal drück ich das hier. Ich finde es auch gut, wie wir beide auf ihr draufstehen. Wundervoller Augenblick.